Die Mutter aller Probleme aus meiner Sicht ist, dass die Politik in Deutschland mehr Wunschdenken verfolgt als Realitätssinn. Das ist aus meiner Sicht die Mutter aller Probleme. Das sehe ich in der Migrationspolitik, das sehe ich in der Klimapolitik, wo die Realität nicht als Realität wahrgenommen wird, wie ich und viele andere sie sehen, sondern man wünscht, dass die Realität anders ist. Und das sehe ich als ein großes Problem an.